Herzlich Willkommen zum Mantischen Wochentaroskop für die Woche vom 14. bis 20. Oktober. Ich habe jetzt hier lange versucht, eine ruhige Ecke im Holiday Inn zu finden, wo wir tagen. Tatsächlich ist es so, dass wir diese Woche nicht live gehen können, weil wir einfach nicht den Raum und die technischen Möglichkeiten haben. Aber ich dachte, Rohe und ich dachten, dass wir euch etwas Spezielles bieten. Wir haben zwölf interessante Persönlichkeiten gefragt, die auf dem Tarot-Event mit dabei waren, eine Karte zu ziehen für jedes Tierkreiszeichen. Und im Folgenden seht ihr den Zusammenschnitt dieses Ensembles. Es wird euch immer der Name gegeben, der Person, der Name der Karten, des Decks und natürlich auch noch dann einmal kurz der Name der Karte, die gezogen wurde. Interpretieren müsst ihr heute selbst, aber als Cracks der Geheimnisakademie wird euch das sicher nicht schwerfallen. Rohe und ich wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß und wir sehen uns dann bald wieder live. Macht's gut! Du bist gut! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020